Herzlich Willkommen bei der Sex & Soul The Not-Too-Late-Night-Show. Heute mit dem Thema Harmoniesucht, Beziehungskiller. Ich habe interessanterweise vor der Show auf Instagram in der Story mal eine Umfrage gemacht, wie wichtig denn Harmonie in Beziehungen empfunden wird. Das einhellige Ergebnis ist sehr. Ich habe sogar noch private Nachrichten bekommen, die sagen, das ist total wichtig. Man wüsste auch gar nicht, wie sie anders damit umgehen sollte. Und was Claudia und ich denken, Claudia, die Sexpsychologe, die übrigens links, rechts, ich weiß es nie, neben mir sitzt, Claudia Elisabeth Huber und ich, wir sind der Auffassung, wir haben uns das mal vorher angeschaut, dass Harmoniesucht oder Harmoniebedürfnis oder Harmonieherstellung in Beziehung immer dazu dient, die Beziehung zu stabilisieren. Das ist das, warum Menschen das so tun. Und das ist auch völlig legitim und auch völlig fein. Nur der Hintergrund ist, dass man vielleicht nicht gelernt hat, sich selber zu äußern, weil die Eltern gestritten haben und das hat dann zur Scheidung geführt. Oder man hat gesehen, die Eltern haben sich nie gestritten und haben sich nicht scheiden lassen und hat dann irgendwelche verqueren Verknüpfungen in seinem Gehirn gemacht. Oder es ist vielleicht auch aus der Verliebtheitsphase übernommen worden, weil in der Verliebtheitsphase gibt es keinen Konflikt. Das hat die Natur so eingerichtet, dass das nicht vorhanden ist. Aber letztendlich kann das ganz, ganz schön schief nach hinten losgehen. Und darüber wollen wir heute mit ersprechen. Genau. Und zwar wollen wir nicht darüber sprechen, wie es kommt oder was auch immer, sondern wir gehen heute auf die drei aus unserer Sicht häufigsten Möglichkeiten oder Verhaltensweisen ein, wie Menschen versuchen, Harmonie in ihren Beziehungen herzustellen. Das sind nicht die einzigen. Es sind aber die, die ganz häufig auffallen oder die uns überwiegend auffallen. So, und die erste Möglichkeit, Harmonie herzustellen, ist, sich ständig anzupassen. Denn, das kann man sich so vorstellen, jeder Vorschlag, den dein Partner, deine Partnerin macht, wird von dir mit einem, ja klar, oder auf jeden Fall, oder wie du sagst, oder wie du magst, oder du ist mir egal, entscheide du, bequittiert. Und was ganz unabhängig davon, ob es dir wirklich egal ist oder ob du dir nur keine Meinung bilden möchtest oder einfach ungeachtet deiner wirklichen Vorlieben und deiner Präferenzen. Das ist zwar häufig auch eine Empfehlung in so Ratgebern, dass man nicht die ganze Zeit seinen eigenen Willen durchsetzen muss und so weiter. Und dem stimmen wir beide auch ganz sicher zu, dass man nicht immer sich durchsetzen muss in der Beziehung. Aber, wenn das so ein überdauerndes Muster ist, hat dein Partner keine Chance, dich kennenzulernen. Und irgendwann glaubt er, früher oder später, je nachdem, wie lange ihr das durchhaltet, beziehungsweise je nachdem, wie schnell dein Partner der Überzeugung ist, dass es so ist, da glaubt dein Partner, deine Partnerin, da seine, ihre Wünsche sind auch deine. Und das ist deinem Partner gegenüber nicht ganz fair, denn weil er oder sie dann die gesamte Verantwortung für die gesamte Beziehungsgestaltung hat. Das heißt, das fängt damit an, dass er oder sie entscheidet, was gibt es denn bei euch heute zum Essen. Oder geht ihr aus oder geht ihr nicht aus? Und wenn ja, geht ihr ins Kino oder lieber schwimmen? Und wenn ja, ins Kino, welcher Film? Das kann bis dahin gehen, dass er oder sie entscheiden muss, welchen Urlaub ihr besucht, wo ihr wohnt, ob ihr Kinder habt oder keine Kinder habt. Lauter solche Geschichten kann das einfach mit sich ziehen, ganz unten geachtet, was du möchtest. Und natürlich gibt es auch so Beziehungen, die damit super klarkommen. Das ist aber meistens in einer ganz klaren Absprache. Und da ist ein Mensch wirklich ganz klar dafür verantwortlich, den Lied zu geben. Tonangebend ist die dominante Persönlichkeit und die bestimmende Persönlichkeit. Und die andere Person ist die klar geführte Persönlichkeit, die die Verantwortung auch vollkommen abgibt. Und das ist aber auch gewollt in der Situation. Ja, das sind aber ganz klare Absprachen und haben nichts mit dem Verhaltensmuster zu tun, dass man eben einfach sich immer anpasst. Genau, diese Absprachen sind halt wichtig. Ein weiteres Verhalten, was wir identifizieren an der Stelle, ist ein passiv-aggressives Verhalten. Was heißt das? Das heißt, dass du oder dein Partner, deine Partnerin an der Stelle zwar Ja und Amen sagt, aber hinterrücks und hinterlistig und heimlich dann vielleicht etwas anderes tut. Das können Kleinigkeiten sein, wie deine Partnerin, dein Partner ist vegetarisch oder vegan und du isst aber heimlich noch Fleisch, zum Beispiel. Oder du guckst dir noch Pornos auf dem Handy an, obwohl du das mit deinem Partner, deiner Partnerin abgesprochen hast, dass ihr das gar nicht oder nur zusammen oder wie auch immer tut. Oder das kann auch solche Sachen sein, wie du weißt, ihr habt abgesprochen, dass das Geschirr vom Küchentisch zur Spülmaschine und in die Spülmaschine reingeräumt wird und du lässt es ganz demonstrativ so lange stehen, bis eben deine Partnerin, dein Partner nach Hause kommt und dann trägst du es ganz demonstrativ rüber in die Küche und stellst es dann aber nicht in die Spülmaschine, sondern neben die Spülmaschine. Das ist klassisches passiv-aggressives Verhalten. Und diese Heimlichtuerei, ich weiß nicht, ob ihr, so wie ich damals, Sex and the City geguckt habt, da gab es diese wunderschöne Szene von Carrie, die eine ganz großartige Beziehung dann mit Aiden führen konnte. Jemand, der sehr, sehr präsent war, sehr liebevoll und sie kam damit nicht wirklich so klar und sie hatten, also er hatte gesagt, dass er nicht möchte, dass sie raucht und sie war aber dann an der Stelle nicht dazu bereit, das zu lassen und ist dann abends heimlich mit dem Hund, also sie ist mit dem Hund nicht heimlich, sondern sie ist mit dem Hund rausgegangen, um dann dort heimlich zu rauchen. Gut, in der Story ging das dann noch weiter und das kann natürlich auch eine Sache sein, die dann heimlich gemacht wird, nämlich die Affäre. Ja, dass man sich dann jemanden sucht, der einen Kick bietet, der irgendwas hat, was die Partnerin der Partner so nicht hat, dass man da einfach in diesem passiv-aggressiven Verhalten in dieses Extrem hineingeht, nicht die Absicht hat, sich zu trennen und dann landet man ja auch bei unserer wunderbaren Kollegin Melanie Mittermeier, die Affärenmanagerin, die dann genau das macht, nämlich diese Paare dann zu betreuen, damit sie sich nicht trennen müssen, wenn sie dann sich nicht trennen wollen. Und das ist das, was wir an der Stelle eben euch nochmal hervorheben wollen, dieses passiv-aggressive Verhalten ist wirklich hintertückisch. So hintertückisch, dass man es selber ja gar nicht so richtig mitbekommt. Deswegen wir ja immer darauf hinweisen, alleine Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, nice, aber manchmal braucht man einfach professionellen Konterpart, der einen darauf hinweist. Ich hatte jetzt letztens einen Klienten, der in seinem Stresslevel immer sehr, sehr manipulativ wird und das aber an der Stelle gar nicht mitbekommen hat. Und er brauchte dann eben mich, um klar zu bekommen, ja, in den Mails, die er dann schreibt, in seiner Kommunikation mit seiner Familie wird er manipulativ und das dann einfach wieder runterzuschrauben, weil dieses passiv-aggressive Verhalten dann so stark in ihm veranlagt ist. Genau, das ist die zweite gewesen. Jetzt die dritte Sache, die wir häufig, Verhaltensweise, die wir häufig beobachten können, ist das Thema, ich schlucke alles runter. Und das ist total egal, worum es geht, ob es einfach die eigenen Wünsche sind, Irritationen, die auftauchen oder sogar Ärger, wir schlucken alles runter. Das heißt zum Beispiel, wenn man lieber ausschlafen würde, weil man einfach jetzt eine anstrengende Woche hatte. Vielleicht kennt ihr das jetzt gerade ja auch, dass ihr ein bisschen mehr Schlafbedarf habt. Also ich kenne es auf jeden Fall. Und dann liegt ihr da und euer Partner oder eure Partnerin will unbedingt brunchen gehen, weil es ja jetzt wieder möglich ist, brunchen zu gehen. Und ihr denkt eigentlich so, bitte lass mich liegen. Aber du sagst es nicht, sondern du machst gute Miene zum bösen Spiel. Natürlich mag der Partner oder die Partnerin an seiner Stelle nichts Böses, aber du schluckst es runter. Natürlich kann man das mal machen, aber dann geht es eben auch noch darüber hinaus, nämlich dass man zum Beispiel dumme Bemerkungen, die der Partner oder die Partnerin macht. Also jeder hat ja so sein eigenes Maß für dumme Bemerkungen. Und du sprichst es nicht an und denkst dir einfach so, ist egal, kommentiere ich jetzt einfach nicht. Oder auch die Tatsache, dass du die Ignoranz deines Partners möglicherweise übergehst. Also solche Sachen wie, er oder sie schraubt nie die Zahnpastaturbe zu. Oder lässt die Bart oder Haarstoppel oder was auch immer, was da irgendwie ist, was man sich abrassieren kann, lässt das einfach im Waschbecken oder in der Badewanne oder in der Dusche einfach die ganze Zeit liegen, obwohl die Person weiß, dass du es nicht magst. Und du sagst aber lieber nichts, um die Harmonie eben zu erhalten, anstelle dann zu sagen, hör mal zu, das ist mir eigentlich super unangenehm. Ich hätte es gern, wenn du da die Rücksicht auf mich nimmst und das einfach wegmachst. Und das kann eben einfach dazu führen, dass wenn ihr halt in diesem Zusammen seid und beide eben diese Harmoniesucht habt, dass ihr entweder ähnliche Verhaltensweisen habt oder dass ihr euch ergänzende Verhaltensweisen habt. Der eine schluckt zum Beispiel runter und der andere, der ist passiv-aggressiv. Möglicherweise wechselt das auch, weil du nicht immer nur ein Muster hast, das du verfolgst. Aber es ergänzt sich dann immer ganz gut, weil wenn du runterschluckst und der andere passiv-aggressiv ist, dann kommt es nie zu einer Klärung. Und eine echte Harmonie bleibt dann ja nicht bestehen, sondern es ist ja immer eine unterschwellige Aggression. Das Schlimme daran ist, wenn du runterschluckst vor allen Dingen, dass das wirklich Stress im Körper verursacht. Also nicht nur so in homöopathischen Dosen, sondern es ist wirklich ein ganz krasser Stressor, der dich tatsächlich auch krank machen kann. Weshalb es einfach und du auch dein bestes Potenzial für eine gute und gelungene Beziehung auch nicht leben kannst. Denn du blockierst dich mit dieser passiv-aggressiven Weise oder mit diesem Runterschlucken oder mit diesem Überangepasstsein ständig selber. Und ich meine, gerade dieses Runterschlucken kann auch dazu führen, dass du so innere Monologe führst. Und dann merkst du, also das geht einigen meiner Klienten eben so, die machen immer innere Monologe. Und denken, sie würden damit mit ihrem Partner im Gespräch sein und der Partner wüsste, was in einem vorgeht. Tatsächlich ist es dann meistens so, dass die Worte nicht nach außen kommen, sondern man das über dieses Verhalten versucht zu klären, was aber nie zu einer Klärung führen kann. Und das alles ist halt eben auf Dauer nicht so gesund und damit ist auf Dauer auch eine harmonische Beziehung gar nicht möglich. So, dann lass uns doch mal gucken, ob wir Fragen haben, weil ich habe tatsächlich im Vorfeld eine Frage gestellt bekommen, als wir das angekündigt haben. Und zwar war die Frage, wie man denn dann damit umgehen kann. Also, das ist jemand ja in meinem Netzwerk, der mich kennt, der mir folgt. Und sie hatte eben die Frage, sie hat das Gefühl, dass sie das machen muss. Da kommt sie nicht wirklich von frei. Und meine Antwort an der Stelle wäre, ja, tatsächlich sich mal anzuschauen und zwar mit professioneller Hilfe. Was steckt denn dahinter? Was ist denn der Ursprung? Wobei, wer mich kennt, weiß, ich schaue mir gerne sehr, sehr weit in die Vergangenheit die Themen an, sogar bis in die vorgeburtliche Zeit. Aber wir müssen nicht jeden Stein umdrehen. Ich bin keine Psychoanalytikerin und es geht mir nicht, du ja auch nicht, Claudia, du siehst es ja auch so wie ich, eher ressourcenorientiert. Aber wir schauen schon auch in die Vergangenheit, was könnte da so ein Ursprung sein oder was hat man da vielleicht gelernt. In meinem Fall schaue ich mir vor allem die Mechanismen und Automatismen an, die man so gelernt hat, quasi die Prägungen, um dann an der Stelle vor allem das Selbstbewusstsein aufzubauen, das wäre so meine Antwort jetzt auf die Frage, das eigene Selbstbewusstsein so aufzubauen, dass man keine Angst mehr davor hat, eine mögliche Disharmonie herzustellen. Weil Disharmonie heißt nicht Streit, heißt nicht Scheidung, heißt nicht, wenn ich mal Nein sage oder wenn ich mal nicht damit einverstanden bin oder wenn ich meine eigene Meinung äußere, die vielleicht eine andere ist als die, als mein Partner, heißt das ja nicht, dass man sich trennt. Aber das ist das Gefühl, was ja dahinter steckt. Das hat sie auch ausgedrückt, wenn sie widerspricht, hat sie das Gefühl, dann sagt der Typ ja, dann geh doch. Und da dieses Selbstbewusstsein dann aufzubauen, zu erfahren, dass das nicht notwendig ist, dass man das so nicht braucht. Und ehrlicherweise, wenn dein Partner, deine Partnerin das nicht aushält, dann überlegen wir doch mal an der Stelle, ob sie überhaupt der richtige Partner ist. Was würdest du dazu sagen, Claudia? Also für mich ist schon auch immer wichtig, wie du sagst, zu gucken, gibt dieses Muster, dass man da erfüllten Sinn. Weil eigentlich gar keines unserer Verhaltensweisen völlig aus der Luft gegriffen ist. Es gibt immer einen Sinn, es gibt immer eine Hoffnung, es gibt immer einen Wunsch, der dahinter steckt. Und es gibt meistens eben Sachen, die eben relativ, vor allen Dingen bei so paar Geschichten, gibt es ganz häufig eine Verbindung zur eigenen Kindheit und zu dem, was wir gelernt haben durch die Eltern. Oder auch wie Eltern oder nahe Beziehungspersonen mit uns umgegangen sind. Und da geht es mir dann nicht darum, in der Vergangenheit das zu tief durchzubohren oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, es zu verstehen, den Mechanismus zu verstehen, um diese Lösung zu finden, welcher Mechanismus muss denn wirklich tatsächlich verändert werden. Denn es gibt viele Mechanismen, die man entdecken kann und es gibt viele Sachen, die da irgendwie dazu führen. Die Frage ist, was ist der Kippschalter, der dich dazu befähigt, zu deiner Meinung zu stehen, dich zu befähigen, dich selber zu spüren, dich zu befähigen, zu behaupten. Und darum geht es eigentlich. Und auch in eine Form zu finden, wie du dich zum Ausdruck bringen kannst. Weil nur weil du das weißt, kannst du es noch lange nicht vermitteln. Und nur weil du es vermitteln kannst, kannst du nicht mit der Reaktion umgehen. Und erst wenn das dann in einem Miteinander zusammenspielt, kannst du eben für dich eine richtig gute, kompetente, nicht auf Harmonie angewiesene, aber auch eine harmonieherstellende Beziehung führen. So, dann hoffen wir, dass wir die Frage, die uns im Vorfeld schon gestellt worden ist, gut beantworten könnten. Hast du noch andere auf deiner Seite? Bei meiner Seite ist es gerade nichts. Okay, bei mir auch nicht. So denke ich mal, waren wir heute mal wieder sonnenklar. Oder ihr dürft jetzt natürlich gerne noch Fragen stellen. Wir haben so einen kleinen Zeitversatz. Deswegen gebt da bitte eure Frage rein. Oder gebt einen kurzen Hinweis. Habe Frage, muss noch ausformulieren. Das ist auch völlig fair. Bevor wir dann quasi einen kurzen Wrap-up machen zu dem, was wir euch heute vermitteln wollten, worum es uns in der Sex and Soul von heute ging. Ich sehe nicht, dass gerade was kommt. Wunderbar. Also, unsere Message für heute lautet, hör auf, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Weil zwischenmenschliche Beziehungen sind nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein und Gänseblümchen. Sondern es ist tatsächlich eine Reibung. Und in der Reibung findet man aber zu sich und zum anderen. Und in dieser Reibung kommen wir zu erfüllteren und glücklicheren Beziehungen. Und egal, was wir von zu Hause gelernt haben, egal, ob wir gelernt haben, zu schreiten oder für uns einzustehen oder unsere Meinung zu sagen oder ob wir es nicht gelernt haben, wir können das im Erwachsenenalter immer noch nachlernen, sozusagen. Und wir können von diesen möglichen Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen, das passiv-aggressive Verhalten, die ständige Anpassung, das Runterschlucken. Das Runterschlucken können wir von abkommen, weil, das ist eben auch eine Hauptmessage an der Stelle, gerade das Runterschlucken macht dich krank. Gerade das Runterschlucken kann auf Dauer für dich nicht gut gehen. Passiv-aggressives Verhalten und Anpassung ist für die Beziehung nicht gut. Also letztendlich, Harmoniesucht geht nach hinten los. Das können wir dir definitiv Brief und Siegel drauf geben. Das wird so nicht ewig halten. Und natürlich wünschen wir dir, dass du glückliche und erfüllende Beziehungen führst. Und deswegen unser Appell, steh für dich ein, finde die Person, die dir dabei helfen kann, dich aufzubauen, dass du eben nicht irgendwelche Verlustängste hast, wenn du dann sagst, du, eigentlich mag ich meine Rühreier oder meine Eier eben nicht als Rührei, sondern lieber als Spiegelei. Ein weiteres Zitat aus einem Film. Die berühmte Eierfrage zum Schluss. Die berühmte Eierfrage zum Schluss. Ihr Lieben, es war uns eine große, große Freude. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, verraten wir das Thema von nächster Woche, haben wir es im Kopf? Ich habe es nicht im Kopf. Ich auch nicht. Dann müsst ihr schauen, was wir auf Social Media die nächsten Tage ankündigen. Es wird auf jeden Fall ein ganz großartiges, ah doch, Design Your Relationship. Ich mag Design Your Relationship. Design Your Relationship, genau. Nämlich, wie du jetzt, ob du Single bist oder schon in Beziehung, wie du deine Beziehung besser gestalten kannst. Und da geben wir dir dann großartige Informationen zu. Ihr Lieben, kommt gut ins Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Wir sagen mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jeden Abend.